Musik Wir finden auf jeden Fall, jeder der Gitarre spielt oder es auch lernen will, sollte sich das Spiel auf jeden Fall holen. Rocksmith Man kann authentisches Gitarrenspiel endlich mal richtig spielen. Jeder der Gitarre lernen will, der kann es damit schon lernen, das ist echt genial. Musik Ich bin total begeistert, ich habe gerade Rocksmith gespielt und ich bin Gitarrenanfänger, habe noch nie Gitarre vorher gespielt und jetzt habe ich auf jeden Fall die ersten Akkorde gelernt und es hat super viel Spaß gemacht und irgendwann bin ich echt besser geworden, sondern das Spiel sich angepasst vom Level her und ich kann es mir empfehlen. Spielt! Rock on! Also ich habe es eben angespielt, es ist eigentlich echt geil. Also ich spiele selber seit vielleicht ein, zwei Jahren Gitarre. Ich habe davon gehört, ein bisschen kritisch, aber ich muss sagen, es ist echt cool. Ich habe eben, ich glaube, von Yavanna Breed gespielt und ich muss sagen, also wenn ich jetzt Gitarre lernen wollte, ich glaube, es wäre eine gute Alternative zum Gitarrenlehrer. Ist echt Hammer. Ich bin ein echter Rockstar! Ich bin ein echter Rockstar! Rockstar!